Hallihallo, hier ist wieder der Martin und auch heute wieder dabei die Adelina. Wir sind am Lago Maggiore in Luino. Hier leg ich gerade das Boot an. Da werden wir vielleicht nachher eine kleine Rundfahrt noch mitmachen. Aber heute geht es auf den weltberühmten Wochenmarkt nur mittwochs in Luino und der viele direkt hier gegenüber stadt, in der ganzen Stadt quasi, in der Altstadt. Direkt dort drüben ist der Eingang, die ersten Stände und da gehen wir jetzt rüber. Also hier ist einfach hinzukommen, die Uferpromenade in Luino und dann sieht man automatisch, wo der Markt ist. Hier geht es also los. Parkplätze sind Mangelware, also am Ortseingang. Da sind ein paar, da kann man gut parken. Teilweise nur 90 Minuten, teilweise aber auch unbegrenzt. Deswegen immer schön aufpassen, wo geparkt wird. Ja, wir sind hier, wie gesagt, in dem Bereich, wo es T-Shirts gibt, wo es Haushaltswaren gibt und Handtaschen, viele Taschen, Schuhe und so weiter. Aber wir sind auf der Suche nach Essen, nach dem Food Market. Der ist ein bisschen weiter. Da gibt es Salamis und Käse ohne Ende, aber auch Gegrilltes aus dem Ofen, Pizza, Hähnchen vom Grill, viele andere verschiedene Sachen. Also wir sind hier zum Essen, probieren hier und da mal und schauen, was uns da erwartet. So wie gesagt, der Markt ist nur am Mittwoch und dann ist es hier wirklich voll bei herrlichstem Wetter. Heute wird es 22 bis 23 Grad, also bei wirklich strahlend blauem Himmel. Leute von überall her, Kennzeichen haben wir gesehen, wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Und das Schöne ist, man kann hier auch immer zwischendurch in den kleinen Restaurants, in den kleinen Bars, Cafeterien sitzen. Ja, wie zum Beispiel hier. Schönes Lokal, kann man draußen sitzen, in der Sonne bei Pizza, bei Pasta, kleinen Snacks, aber auch einfach nur was zu trinken. Wirklich herrlich hier. Ich habe meine Jacke gerade ausgezogen. Es ist also in der Sonne, es ist wirklich warm. Im Schatten ist noch ein bisschen frisch. Heute Nacht war es 8 Grad, aber in der Sonne mit Jacke nicht mehr auszuhalten. T-Shirt hatte ich ja dabei, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das verwenden soll. Die geht auf rechts und links immer in verschiedene Seitengassen rein. Also wir haben gerade mal so einen kleinen Rundgang gemacht, um hier so einen Überblick zu bekommen. Der ist wirklich riesengroßer Markt. So, Alina ist auf der Suche nach einer Sonnenbrille für die Mama. Jetzt nämlich gerade angerufen, wir sollen unbedingt eine Sonnenbrille mitnehmen. Also in allen Feriengebieten findet man ja schöne Sonnenbrille teilweise. Die müssen gar nicht teuer sein. Also hier, wenn ich das hier sehe, für 10 Euro so im Schnitt. Ich meine, kann man nicht meckern. Guck mal hier, auch so modische Brille, 10 Euro. Also ich finde es in Ordnung. So, hier sind wir jetzt richtig. Hier geht es jetzt los mit den Leckereien. Guck mal hier. Also wir haben gestern Abend Oliven gehabt, die waren der Traum. Aber auch so riesen Kapern hier. Kennt man bei uns ja auch gar nicht. Diese gefüllten Geschichten. Hör mal. Und überall kannst du probieren. Das ist der Wahnsinn. Guck dir das mal an hier. Werbe von Salami und Käse. Also das ist echt der Hammer. Ja und hier wird Schlange gestanden. Für Panini, für Piadine, für Pizza, für Hähnchen. Also und natürlich auch für Getränke. Aber das ist im Moment Nebensache. Hier, Pizza vom Blech. Ab 1,80. So ein Stückchen Pizza. Hör mal. Da müssen wir Fluss lagern. Oh mein Gott, hier riecht es. Das ist echt der Wahnsinn. Hier. Salami ist mit Porchetta mit Kotelett drauf. Hier frisch vom Grill. Der Wahnsinn. Kannst du das Brüsseln hören? Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich stehe mitten im Duft. Hör mal. Das ist der absolute Traum. Schönes Panini, ne? Hier wird das Brötchen auch angeröstet. Das Brötchen wird hier auch schön angeröstet. No, no. Brötchen wird auch angeröstet. Dann kommt der Schnitzel da drauf. Also. Das ist ja quasi hier wie ein Hackfleisch. Ja, da können wir natürlich nicht vorbeigehen an so einem schönen Stückchen Pizza. Und hier wird Klange gestanden, weil es so lecker ist. Ja, also in der frischen Abteilung hier. Das ist doch der Wahnsinn. Das sind doch mal Farben, oder? Wenn das nicht frisch ist. Oh mein Gott. Und hier wird wirklich gekauft. Das ist also nicht nur für Touristen, so wie vorne der Markt mit den T-Shirts und Sonnenbrunnen und so weiter. Hier wird wirklich auch frisch gekauft. Das sind italienische Erdbeeren. Es ist April. Auch hier die Apfelsinen, Mandarinen, Blutorangen. Da könnte man ja zum Brutarier werden. Aber wir sind ja eher auf der Herbenseite unterwegs. Salami und Käse. Und überall kann man probieren. Das ist ja der Wahnsinn. Hier läuft das Wasser im Mund zusammen. Überall liegen die Salamihaufen rum zum Probieren. Wie bekannt. Weiter geht's. Jetzt mit Worten kaum zu beschreiben hier in Delmar. So leben wir es doch. Ja, für den süßen Zahn ist auch was dabei. Schöne kleine Leckereien hier. Hier auch so mini rote Zwiebeln mit Chili, pikant. Auch hier die gefüllten Geschichten. Ob es die Oliven sind. Oh mein Gott, diese Mini-Paprika hier. Das ist unglaublich. Also im Süden zu leben, also in Italien, Spanien, Frankreich, brauchst du nur auf den Markt gehen. Du brauchst nicht mal kochen. Solche Sachen, das reicht doch, oder? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Hier, wo du hier instimmst. Hier, wo du dich in den Zeug andygammeren würdest. Hier, wo du siehst. In den Pfarrern, ja. Hier, wo du dich in einen Baden, in den Pfarrern, ja. Hier, wo du dich in den Pfarrernstagen in den Pfarrernst�l. Und hier, wo du dich in den Pfarrernstagen, Hier das Riesenbrot, das Riesenbrot, das ist ja über einen Meter lang und wie dick, unglaublich. Das ist ja über einen Teig, das ist ja über einen Teig, das ist ja über einen Teig. Das ist eine schöne Steinpilze, schöne Steinpilzsuppe oder so. Soße. Überall probiere. Auch hier so Gewürzmischungen für Risotto macht man auch nicht jeden Tag zu Hause. Man muss einen speziellen Risottoreis haben und dann auch so eine Würzmischung. Das könnte Alina wohl gefallen. Ja und hier nochmal ein absolutes Highlight, die Hähnchen vom Grill. Manchmal werden die auch oben gegrillt und unten in der Schale, wo das Fett runtertropft. Da sind manchmal Kartoffeln, Rosmarinkartoffeln. Hier jetzt heute leider nicht, aber die Hähnchen. Auch Hähnchenrollladen. Wunderbar. Es riecht hier. Ihr macht euch kein Bild davon. Also ich für mich, wenn ich jetzt so die Phase hier beobachte, ich finde das Leben an sich ist nicht übermäßig teuer in Italien. Unterkünfte. Also gerade in solchen Gebieten hier. Natürlich jenseits von Gut und Böse teilweise, wenn man hier so in Luino direkt am Lago Maggiore wohnen möchte. Aber auch Hotels sind relativ teuer. Also unter 100 Euro für zwei Personen die Nacht. Dann allerdings mit Frühstück wird schwer. Und hier so Gewürzmischung. Das sieht doch schön aus. Hier auch hier für Carbonara, für Penda la Bocciola, Spaghetti Italiana. Das sieht auch wirklich schön aus. Kann man so weit verschenken. Das ist eine Geschenkpackung. Für die Pizzarewürze, Peperoni, selbst getrockneter Knoblauch. Also das finde ich toll. Quattroformatlich. Guck mal hier, mit Käsewürze. Auch hier Spargelrisotto, Pilsrisotto, Saftanreis. Stöhnliche Mischungen. Macht man wie gesagt nicht alle Tage. Da kann man sich so eine Mischung ruhig mal mitnehmen. Finde ich. Hier Alina studiert die Inhaltsangaben. Freundin ist Vegetarierin. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt mal ein Vorgeschmack auf dem Markt, den wir am Samstag besuchen werden. In Turin, in Porto Palazzo. Also ich hoffe, meine Erinnerungen werden wieder wach. Und er ist auch noch so wie früher, denn ich bin auch vielleicht 20 Jahre nicht mehr da gewesen. Aber am Samstag muss auch, wenn es regnen sollte, dieser Markt. So viele verschiedene Käsesorten. Ich bin ja auch kein Käsespezialist. Aber trotzdem esse ich gerne Käse. Manchmal ist man sie ja auch überraschend, wenn man solche Käseplatten, so eine Käsesalami-Vorschreisenplatte hat. Da sind ja manchmal Geschichten dabei, da denkt man sich, hör mal, wo gibt es das überhaupt? Wirklich lecker. Riesenbrote werden hier verkauft. Das ist unglaublich. Hier gibt es eine Verkostung. Das ist ja der Wahnsinn. Hier wird wieder gegrillt. Das ist ja der Wahnsinn. Buongiorno, wir sind in Italien. Buongiorno. Manchate ein Panino für die Porchetta. Schau mal hier. Porchetta auf ein Panino. Unglaublich. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hier ist ja. Na den Kroos. Nr. Hier ist ja. Hier ist ja. Hier ist ja. Ja. Hier ist ja. Hier ist ja. Was ist ja? Das ist ja. Nur Drica. Ja, das war jetzt hier der Markt Iluino, wunderbares Spektakel am Mittwoch, nur mittwochs, Riesenmarkt, wir haben ja gar nicht alles abgeschritten hier, aber es ist faszinierend. Und die Gerüche hier, die Lebensmittel, die man hier kaufen kann, also Luino ist eine Reise wert. Heute ist der letzte Sonntag, morgen und übermorgen wird es regnen, wir müssen aber gleich mal in die Planung gehen, deswegen sage ich jetzt mal Tschüss für heute, bleibt alle gesund, da braucht ihr keinen Doktor und wir sehen uns schon bald wieder hier auf diesem Kanal.